Herzlich willkommen zum Videozyklus zum Arbeitsblatt zu den Summensätzen für die Winkelfunktionen. In diesem Video schauen wir uns das allererste Kassel am Arbeitsblatt an. Und so wie immer in der Mathematik brauchst du schon ein bisschen ein Vorwissen. Was brauchst du für dieses Video? In diesem Video solltest du bereits wissen, dass die Winkelsumme im Dreieck 180 Grad ist. Außerdem solltest du den Satz des Pythagoras kennen. Zu Erinnerung, der Satz des Pythagoras gilt nur in rechtwinkligen Dreiecken. Und er besagt, dass das Quadrat einer Kathete plus den Quadrat der anderen Kathete gleich dem Quadrat der Hyperdenuse ist. Oder wie du es vermutlich in Symbolen kennst, a² plus b² ist gleich c². Als letztes solltest du bereits, und das gilt jetzt für den ganzen Videozyklus, du solltest die Winkelfunktionen kennen. Also Sinus, Cosinus und Tangens. Zur Erinnerung, der Sinus, den brauchen wir in diesem Video, entspricht der Gegenkathete von dem Winkel durch die Hypotenuse. Wenn du das nochmal wiederholen möchtest, dann kann ich dir sehr das Arbeitsblatt bzw. den Videozyklus dazu von den Ähnlichkeiten und Winkelfunktionen ans Herz legen. Beziehungsweise allgemeiner, denn die Winkelfunktionen am Einheitskreis. Was machen wir in diesem Video? In diesem Video schauen wir uns an. Wir werden sehen, dass die Winkelfunktionen einer Winkelsumme nicht gleich der Summe der einzelnen Winkelfunktionen ist. Also man kann nicht einfach die Summe von einem Winkel, die Winkelfunktionen nehmen und dann, das ist nicht einfach das gleiche wie die Winkelfunktionen aufgeteilt auf die zwei Winkel. Du wirst gleich sehen, was das bedeutet. Außerdem werden wir uns den Spezialfall von bestimmten Winkeln anschauen, wo man den Sinus einfach geometrisch sich herleiten kann. Na gut, schauen wir uns das Blatt an. So steht das erste Kastell aus. Und hier ist gleich die erste Frage. Gilt Sinus Alpha plus Beta ist gleich Sinus von Alpha plus Sinus von Beta? Gilt das allgemein? Na ja, jetzt haben wir gerade bei den Zielen gesehen, dass wir sehen werden, dass es nicht so ist. Das war schon ein kleiner Spoiler. Aber tun wir mal so, als würden wir das nicht wissen. Und jetzt steht hier, Berechner ohne Taschenrechner, Sinus von 30 Grad plus 30 Grad, also was sind jetzt 60 Grad, ist gleich. Und darunter steht Sinus von 30 Grad plus Sinus von 30 Grad. Also man sieht, hier wurde einfach sowohl für Alpha als auch für Beta, also Alpha und Beta sind gleich, wurde für beides 30 Grad eingesetzt. Und jetzt soll man einfach schauen, ob da das gleiche rauskommt. Wie gesagt, es wird nicht das gleiche rauskommen. Aber vielleicht kann man wirklich den expliziten Wert sich herleiten, ohne den Taschenrechner zu verwenden. Wie geht das? Und jetzt auf der linken Seite, also hier, da sieht man eine Skizze von einem Dreieck. Und zur Erinnerung, das ist ein gleichseitiges Dreieck. Also die Seitenlänge ist immer 2 auf allen drei Seiten. Und wenn die Winkel so um 180 Grad ist, dann sind die einzelnen Winkel je 60 Grad. Vielleicht, wenn du die ganzen Informationen, die wir bereits gesammelt haben, nochmal zusammenstoppelst, und das ist schon ein bisschen tricky, muss ich zugeben. Aber vielleicht schaffst du es, dass du diese beiden Sinuswerte ohne den Taschenrechner dir ausrechnen kannst. Das ist ruhig etwas, wo man sich Zeit lassen kann, wo man drüber nachdenken kann, wo man vielleicht nochmal zurückblättert, was war denn die Definition vom Sinus genau. Ich werde das Video ja, also du kannst das Video gerne pausieren. Ich gebe dir dafür drei Sekunden Zeit. Und danach zeige ich dir, wie ich das gelöst hätte. Also drei Sekunden Zeit ab jetzt. Na gut, schauen wir es uns an. Und zwar, zuerst schauen wir uns den Sinus von 30 Grad an. Warum? Kommt mir gerade einfach leichter vor. In der Skizze haben wir Winkel eingezeichnet. Ich habe vorher schon erwähnt, dass das hier 60 Grad sind. Weil das da unten sind auch 60 Grad. Und links sind auch 60 Grad. Weil, das ist ein recht, ein gleichsetiges Dreieck. In einem gleichsetigen Dreieck haben alle Winkel 60 Grad. Jetzt haben wir hier aber nur den halben Winkel markiert. Naja, die Hälfte von 60 sind 30 Grad. Das heißt, wir sehen in diesem rechtwinkligen Dreieck, in dem hier, sehen wir, dass wir einen Winkel haben, der 90 Grad ist. Das ist ein rechtwinkliges Dreieck. Ein Winkel, der 30 Grad ist. Und ein Winkel, der 60 Grad ist. Und jetzt setze ich einfach in die Funktion ein vom Sinus. Zur Erinnerung, Sinus ist gleich Gegenkathete durch Hypotenuse. Naja, von diesen 30 Grad hier, die Gegenkathete ist das da. Naja, das ist ja genau die halbe Seite. Und wenn die ganze Seite 2 lang ist, dann ist das hier 1 lang. Und die Hypotenuse, das ist ja diese Zweier hier. Ja? Das heißt, hier für diese, für diese beiden Sinus, oder Sinusse, ich weiß nicht, was der Plural ist, ähm, habe ich die Gegenkathete, also 1, durch die Hypotenuse, also 2, also 1 durch 2. Das heißt, ich habe hier 1 halbes plus 1 halbes, also 1 insgesamt. Okay? Wie schaut das für 60 Grad aus? Naja, da schauen wir uns einfach den anderen Winkel an. 60 Grad. Und jetzt ist die Frage, wie lang ist diese Seite? Ich nenne sie mal S. Okay? Und dieses S, zur Erinnerung, S Quadrat plus 1 Quadrat ist gleich 2 Quadrat. Warum? Naja, wenn man, wenn man sich dieses Bereich hier anschaut, das da, Nö, Nö, dann ist es ja noch, wie gesagt, ein rechtwinkliges Dreieck. Und das gilt der Satz des Pythagoras. Dieses S ist die eine Kathete, dieser Einser ist die andere Kathete, und dieser Zweier ist die Hypotenuse. Naja, S Quadrat plus 1 ist gleich 4, steht dann hier. Ich schreibe das in Rot einfach weiter. Wenn ich das umforme, dann habe ich hier das 2 Quadrat ist 4, den Einser bringe ich auf die andere Seite, das heißt, Minus 1 ist gleich S Quadrat. Und daraus folgt, S ist gleich die Wurzel von 3. Ja, also 4 minus 1 ist 3 und die Wurzel gezogen, uff, kann man nicht gut lesen. S soll das sein. Ähm, die Wurzel davon ist, naja, Wurzel 3. Ich schreibe das einfach so hin, also was es genau ist, weiß ich jetzt nicht auswendig, aber exakt würde man eh Wurzel 3 schreiben. Ähm, na gut. Dann ist das Sinus von diesen 60 Grad hier oben die Gegenkathete durch die Hypotenuse. Gegenkathete ist Wurzel 3. Das heißt, und die Hypotenuse ist wieder 2. Das heißt, hier habe ich einfach Wurzel 3 durch 2. Okay? Und wie man unschwer erkennen kann, ist das nicht das gleiche wie 1. Das heißt, wir haben nachgewiesen, dass man nicht allgemein den Sinus, dass das hier, dass das nicht allgemein gilt. Also man kann nicht einfach sagen, Sinus von einem Winkel plus einem anderen Winkel ist das gleiche wie Sinus von einem Winkel plus dem Sinus von einem Winkel. Es gibt trotzdem eine gewisse Gesetzmäßigkeit. Also man kann, es gibt ja eine Formel dafür. Das schauen wir uns aber im nächsten Video an. Bis dann. Ciao.